Ja, schön tanzen ist es. Denk mal an vorgestern in Rio de Janeiro. Plötzlich fingen sie alle an zu tanzen, richtig. Und komischerweise, sonst tanzen immer die Mädels. Sind die alle so tanzbegabten Jungs hier. So, jetzt kommen wir zu einem Song. Da kann man richtig tanzen. Jetzt kommt mal ruhig auf die Bühne, wer tanzen will. Kommt, kommt her. Kommt, nehmen wir ein paar Mädels mit. Los, kommt mal auf die Bühne, los. Einmal. Ach nee. Oh, jetzt kommt keine Traute. Du, ja. Der kleine Streift hier. Na, komm her. Tanzbärchen, komm. So, kommt, Mädels, kommt. Eure Elternteile haben bestimmt einen Fotoapparat da, aber. Kommt, ja, tanz mal. Jetzt kommen wir zu einem Titel. Da kann man sehr gut nachttanzen. So, wenn wir heute schon so einen geilen Abend haben. Mit wunderschönen Hexen. Nee, könnt ihr da ja. Zeigt es mal. Hier, der neue Tänzer. Wie heißt du? Fünf. Er heißt Fünf heute. Aber ich fragte dich nachher beim Ententanz dann, dass es für die Kinder ist. So, aber jetzt haben wir wieder eine junge Dame, die ich besungen habe einst. Und das zeige ich euch mal gleich. Wie heißt sie nochmal Angelina? Marleen, ja, genau. Städte.